Ein wunderschönen guten Tag zum Klemmbausteine Untergrund Podcast. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir sind heute nach der Sommerpause oder nach dem Sommer das erste Mal wieder vollzählig in der kompletten Runde. Seit längerem, glaube ich. Und Sommerpause hatten wir keine, aber es sind immer wieder mal wieder ausgefallen. Das kann aber im Herbst und Winter genauso passieren, da es sich ergeben muss, dass wir zusammenfinden oder zumindest Teile von uns. Und wir haben uns das Ende des Jahres naht. Das Q4 beginnt, Weihnachten naht. Und der Blacktober oder die Black Week ist... Ja, der Black Month kann man schon fast sagen, kommt näher. So manches Set, was EOL geht, triggert. So manches Set, wo man weiß, das könnte nächstes Jahr vom Markt gehen, triggert. Und man hat meistens im Jahr davor die besseren Angebote. Und da dachten wir uns, reden wir doch einfach mal drüber, bei wem gerade was noch auf der Wille-ich-unbedingt-haben-Liste oder das kommt dieses Jahr noch raus und das muss ich noch kaufen, unbedingt dieses Jahr, damit ich an Weihnachten was zu bauen habe. Und über die Feiertage... Gott, das wirkt schon wieder so nah und das sollte noch so weit weg sein. Es war doch gerade noch Sommer. Moritz, wie war dein Sommer? Hi. Servus. Der war... Viele Arbeit, viel Regen, aber... Ja, irgendwie auch Sommerloch gefühlt. Es war wenig los. Ja. Gerade, wann wir das letzte Mal wirklich in voller Mannschaft hier waren, sicher drei Monate her oder so. gefühlt. Wenn ihr nur am Arbeiten seid? Ja, wahrscheinlich ist das das Problem, aber irgendwer muss ja. Och, du. Wer kann, der kann, wer muss, der muss. Ja, kenne ich, ging mir ja genauso. Ihr hört den Soldier, hallo Soldier. Und dann sage ich noch, hallo Timo. Schönen guten Tag, sage ich mal. Ja, arbeiten müssen wir, glaube ich, alle, oder? Ja, ja, wohl oder übel. Das war auch dieses Jahr mein erstes Mal, wo ich auf YouTube tatsächlich mal fünf Wochen Pause gemacht habe, die sehr gut getan haben, auch wenn ich halt in der Zeit viel zu tun hatte. Also das war keine Pause im Sinne von ich tue gar nichts, sondern das war ja so eine Pause, dass ich Zeit für das andere habe. Ja, also Jobwechsel und Co. war das dann schon. Bisschen bauen musste es trotzdem, also musste nicht, aber hat man doch dann schon auch, weil ganz bleiben lassen kann man es dann auch nicht. Aber bei mir war es hier oben im Dachgeschoss auch einfach unerträglich warm und ich war einfach nur viel zu faul, meine Klimaanlage aufzubauen. Also Luxusprobleme ohne Ende. Der Pool war auch noch nicht fertig. Der Pool, doch der Pool, der hat, oh, im Pool waren wir dieses Jahr sogar ein paar Mal. Da habe ich ja auch ein paar aus meiner Zuschauerschaft anscheinend blind gemacht, weil ich habe ja mein Abschiedsfoto, mein Post, dass ich jetzt in die Sommerpause gehe, aus dem Pool raus gemacht. Anscheinend war das für manche ein leicht verstörender Blick. Hast du Haut gezeigt? Was heißt da leicht? Ja, ein paar Bisschen, also ich sage mal so, nicht mehr Haut, wie man sieht, wenn man zum Baden geht. Ja, ja, weniger, weil war ja alles im Wasser und hat gespult. Aber da ist man ja beim Baden und sitzt nicht angezogen zu Hause vor einem Monitor und sieht den Soul schon. Ja, aber ich sage mal so, wenn du ins Freibad gehst, siehst du wesentlich krassere Kreaturen wie mich. Ich bin jetzt nicht die Schönheit der Natur, aber... Das könnte auch sein, klar. Ich habe immer gedacht, das liegt daran, weil die Leute immer in den Pool picken. Jetzt weißt du wenigstens, was bei deinen Abonnenten funktioniert und was nicht. Ja, okay, ein paar haben schon geschrieben. Gibt es jetzt HotTube-Streams, also so bauen im Pool. Das witzigste Kommentar war, Bau-Challenge, das Teil, was nach oben gepluppert wird, muss verbaut werden. Das wäre wahrscheinlich total lustig. Machst du einen Onlyfans-Kanal auf? Nee, ich bin ja froh, wenn ich mit meinem einen Kanal nachkomme. Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn es um FOMO oder also entweder um Verpassen oder jetzt kommt das, das wird dieses Jahr noch daherkommen? Tatsächlich ist mein erster Gedanke da, scheiße, ich habe noch nicht alle Brickheads. Und mich nervt es so richtig, dass ich den Limited verpasst habe. Ja, der war so an einem halben Tag weg und das hat mich so richtig angekotzt. Welcher Limited? Es gab einen Batman Day für 3000 VIP-Punkte, eine Limited Edition von diesem sechs oder achten Ein-Batman-Brickhead. Und der war, ich glaube, innerhalb von einem halben Tag waren alle weg. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Das war witzig, weil da genau hatte ich mich gerade eingeloggt und hatte in dem Warenkorb. Und da hat man so, ach nee, brauche ich nicht. Ich habe nicht gecheckt, dass der limitiert ist. Nee, einen Warenkorb kannst du nicht haben, den musstest du mit 3000 VIP-Punkten kaufen. Ja, also ich konnte ihn sozusagen klicken im WIB-Bereich. Ich habe jetzt halt einmal an mich gedacht, Mann. Nee, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, weil Batman ja normal nicht so mein Favorit ist. Und ja, ärgert mich. Ist halt so. Das ist so das Erste, was verpasst ist. Und da kam dann schon so diese Angst, so, warte mal, du hast noch so viele Brickheads nicht. Dieses große Star-Wars-Package habe ich noch nicht. Ein paar uninteressante, wo dieses herausgekommen sind, wie von, ich glaube, oben. Oder war das irgendwas mit Kopf? Ich dachte, du kaufst nicht alle, sondern nur bestimmt. Ja, eigentlich kaufe ich tatsächlich alle. Außer die Fußballdinger habe ich ausgelassen, weil Fußball einfach langweilig ist. Und ich fand die auch nicht gut. Aber sonst von den normalen Themen, die hole ich mir eigentlich schon. Und das ist so das Erste, wo ich sage, boah, da muss ich noch ein bisschen, ein bisschen nahe, wenn ich nur Nachholbedarf. Das Problem ist, je länger man wartet, desto teurer wird es, weil jetzt kommen ja wieder zwei neue raus. Also ein Doppelpack mit Wednesday und der anderen Tante da aus der Serie. Und deswegen, das ist so das Allererste, was mir dann so im Kopf reinschießt. C3PO, was ich unbedingt wollte, habe ich nochmal Glück gehabt. Da hat mich einer auch aus der Community, die hat mir eine WhatsApp geschrieben. Den gab es ja zum Alternate Shopping Day für, glaube ich, 90 Euro. Und kriege ich auf einmal, weiß ich gar nicht, das war letzte Woche, eine WhatsApp mit einem Link. Denkst du, hör, guck rein. Und dann hat der Alternate tatsächlich zum gleichen Preis nochmal mit Gratis-Versand am Lego Day, oder wie sie es genannt haben. Musste ich natürlich zuschlagen, weil R2-D2 ohne C3PO ist halt, irgendwie fehlt halt was. Geht nicht. Musste sein. Die gleiche Nachricht hat der Moritz auch bekommen. Ja, musste passen. Musste einfach passen. Oh, wieso? Hier ist gerade Wiesen und wir werden viele Sirenen haben. Deswegen muss der Moritz mal kurz schnell muten. Musste passen, weil, ich weiß es, Budget überzogen. Er nickt. Musste halt die Kinder mal ein paar Stunden länger zum Arbeiten schicken. Erstes Monat nur noch Toast. Oder so. Ketchup-Toast. Ketchup-Toast, Ketchup-Toast. Oder Eier-Toast, kennt ihr auch, oder? Ist geil. Nimmst einfach ein paar Eier, tost in einen Suppenteller oder so, ein bisschen verquirlen und dann Toastscheiben reinlegen, wenden wie panieren, wie wenn du eine Schnitzel panieren willst. French-Toast sozusagen. Ja, ich kenne das unter Eier-Toast. Ist das nicht Armer Ritter? Dann Zucker drauf. Nee, dann ist es Armer Ritter, Schwarzbrot. So eine French-Toast. Wie gesagt, ich kenne es als Zucker. Als Zucker wäre ein Eier-Toast, haben wir gesagt, wo ich bei meiner Verwandtschaft im Norden war. Und dann hast du dann wieder Zucker drauf oder hast du es so gegessen? Soll jetzt das Farbe noch kurz ums Eck biegen mit Wegbackers, so heißt es bei uns. Was Wegbackers? Altes Brot, Milch und Ei und dann ausbacken. Okay. Das ist ein armer Ritter. Genau. Wegbackers. Ja. Schwäbisch. Oder das Lego sucht die Essen so ab dem sechsten des Monats. Okay, jetzt haben wir gehört Brickheads. Moritz, was kommt dir als erstes in den Kopf? Ja, fatalerweise natürlich der AT-AT. Den hast du immer noch nicht? Nee, nee. Aber du hast doch die Besatzung schon. Dann muss er jetzt endlich mal das Fahrzeug her. Ja, das denke ich mir auch. Aber irgendwie diese Besatzung ging immer ganz günstig her. Und dann das Fahrzeug dazu. Tut halt dann doch weh. Ich glaube, Donnergurkler meinte vor kurzem hier, so günstig kriegst du ihn nie wieder für 650. Ist ja quasi ein Schnatter. Was kostet die Dingliste? 8,50. 50. Was? Ja, genau. Deswegen, ja. Ja. Deswegen ist er auch noch nicht da. So schwer zu verorientieren. Ja, genau. Und braucht überhaupt jemand zwei Nieren? Ja, pro pro Nier, Moritz. Du musst, glaube ich, tatsächlich entweder ein bisschen das Mikro zu dir ziehen oder es zumindest ein bisschen nach unten winkeln. Du hast jetzt gerade mal in die Richtung des Mikrofons gesprochen, dann konnte man dich auch mit Volumen hören. Okay. So ist es besser? So ist super. Großartig. Ja. Haben wir das auch? Okay, der AT-AT, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil du hast ja die Figuren schon, die du als Besatzung brauchst. Ja, die sind alle am Start. Aber eigentlich ist ja eher das größere Problem, weil ich habe in einem Film einen AT-AT-Solo, sieht man selten. Außer in den neueren. Aber wenn du jetzt so die Klassiker nimmst, da standen da immer so zwei, drei. Ja, da rede ich mich mit raus. Die AT-AT-Walker nebendran sehen auch ganz gut aus. Davon habe ich auch. Ja, okay, so als Begleitschützer. Du darfst einfach nicht im Schnee-Rum-Bauch verlaufen. Nein, 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 nicht von den UCS. Nur kurz nachgefragt. Von den UCS, AT-AT-Solo, mehr, oder? Nein, von den Play-Sites. Von den kleinen Chiken. Aber waren die Kampfläufer, die waren schon Rudeltiere. Also ich muss da nochmal auf solche einhaken. Obwohl auf Andor, nee, ist das Andor? Wo ist es, wo sie die Daten klauen? Wie heißt der Film von Star Wars? Rogue One. Bei Rogue One, da läuft, glaube ich, nur einer, wo sie dann da auf dem Planeten sind. Das ist aber, glaube ich, ein AT-TE, oder? Oder dieser Abgewandelte. Das ist ein AT-AT, also er hat vier Füße, das ist alles für mich ein AT-AT, ihr wisst, dass ich da ein Noob bin. Das ist wie bei euch jeder, alles ein Panzer ist, wo Ketten dran sind, wo ich dann sage, nee, ist nicht so. Das ist eine Schnee-Raupe. Streng genommen ist es eine Schnee-Raupe. Auch eine Art Panzer. Ja. Ja, das Tank heißt das, glaube ich, oder? Kampfläufer. Das AT heißt das T, nicht Tank sogar? Ich glaube, das erste AT steht für All-Terran. Ja, genau, All-Terran. Ba-ba-ba-Tank. Armat. Oder. Auf jeden Fall sehen sie toll aus. Sieh die, was heißt A-T-A-T. Aber Aktion hat noch was, ja, Holla, die Walsche, Alter. Genau, das ist halt einfach, es tut weh, aber ich habe mich damit abgefunden, aber wie lange gibt es denn noch? Ah, es heißt tatsächlich Transporter. Was ist das denn? Ende des Jahres oder spätestens, oder? Echt? Wann gehen die Vormann? UCS jetzt, das, ja, spätestens Februar, würde ich sagen, gehen die aus dem Markt dann, ja. Das kommt immer, du kannst eigentlich immer schauen, sobald es, wenn bei Letzte Chance nochmal kommt, steht manchmal trotzdem noch drunter, wieder lieferbar ab, dann weißt du, da kommt die letzte Lieferung eigentlich und diese letzte Lieferung geht meistens auch nochmal hin zu Smith und was weiß ich was. Und dann, ja, ich sag mal, wir reden nichts darüber. Du musst halt pokern, sonst machen wir es halt wie mit der Razor. Ja, genau. Ja, okay, aber jetzt nur einen Preis, muss ich auch sagen, Alter, dann, das sind eh Sphären, wo ich nicht unterwegs bin, weil, da ist mein inneres, ich so, boah, für ein Set so viel Geld, never ever forget it. Also, das Thema hat mir so schon auch, also mal 5, 3, 4, 5, 6, 7 Sets kaufen und bei nur 600 Euro landen, ist für mich einfach was anderes, wie für ein Set so eine Summe auszugeben. Das ist wie, bei mir wäre es jetzt der Kobi Tiger, der kostet ja auch 600 oder so. Kommt jetzt wieder einer raus, nur einer an Farbe, finde ich auch langweilig, wieso sie in der Riesengröße nicht einfach mal ein Fahrzeug rausgebracht hätten, wo kein Tiger ist, obwohl ich Tiger liebe, aber das ist halt für mich auch, erstens viel zu groß, weil ich nicht weiß, wo ich ihn hinstellen soll und zweitens, was eigentlich der Hauptgrund ist, ist mir viel zu viel Geld, auch wenn es viele Teile sind, aber nee, nee, da bin ich raus, da kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, nee, den nehme ich nicht mit. Ja, geht mir ähnlich, natürlich tut es weh, aber das ist einfach. Du musst überlegen, wie viel von den Spiel 8080s kannst du da kaufen, dann kannst du eine ganze Armada hinstellen, Junge. Genau, und die Ego Bay ist noch dazu. Sonst muss es halt auch aus Versehen, so von Master of Car einholen. Achso, ein World Gang. ein World Gang. Ja, hey, Timo, was läuft bei dir? Ja, also, wenn ich jetzt die Frage beantworten muss, welches Set muss bei mir dieses Jahr definitiv noch einziehen und es ist immer noch nicht bei mir gelandet, dann höre ich jetzt im Hintergrund, wie meine Frau dransteht und sagt, denk dran, das Set, wo dieser Schmetterling drin ist, das will ich noch haben. Also, die Insektensammlung von Lego ist bei uns noch auf der Wunschliste. Oh, die ist bei mir schon fast schon runtergefallen. Die hast du vergessen. Ja, das ist geil. Ja, ja, weil meine Frau kam jetzt auf die glorreiche Idee, wir räumen unser Fensterbrett im Lego-Zimmer ab und bauen lauter Blumen drauf. Also, wir haben jetzt also ziemlich alles, was an Blumen von irgendeinem Hersteller rausgekommen ist, gekauft, aufgebaut, beziehungsweise, oh, Schatz, das Set ist toll, ich kaufe das, ich möchte es aufbauen, mach du mal. Ich habe großes Fensterbrett. Wie groß, ich wollte gerade sagen, wie groß ist dein Fensterbrett. Okay, wenn es das ist, neben der Balkontür, dann ist das gar nicht so kurz. Dann kannst du ja in der Stadt reinbauen. Also, ja, das ist ganz tatsächlich das Fensterbrett direkt neben der Balkontür. Also, es sind zwei normale, breite Fenster, dass man mal so ein bisschen eine Angabe hat. Und, ja, man glaubt gar nicht, wie viel Wildblumenstrauß ähnliche Konstrukte in eine Blumenvase reinpassen, wenn man oben einen Durchmesser von so knapp 20 Zentimeter hat. Also, da passt alles rein. Und da muss ich dann nachher, ja, Entschuldigung. Ja, und, Gibt es auch das Dena-Bewässerungsset? Gott sei Dank muss man diese Blumen nicht gießen, ehrlich wahr. Ich bin so, da musst du dann, da muss dann ein UV-Schutzmittel, muss dann da immer so alle paar Tage versprüht werden, damit es nicht ausbleicht. Das UV-Schutzmittel nennt sich Rolladen. Ach so. Ja. Schattenkinder. Ja, genau. Kennst du ja, natürlich im Falle der Mürz, frische Luft, grelles Sonnenlicht, unerträgliches, gebrüllter Vögel. Ah, ja, das stimmt. Na, da wird dir das an. Wenn man das Ende des Jahres, oder kommen wir ja nachher noch drauf zu, dann finde ich vielleicht auch nochmal kritisch. Also, zumindest für mich, weil da kommen Sachen raus, wo meine Frau auch gesagt hat, boah, das ist doch schön, boah, geil. Bei mir ist es zum Beispiel die Geschichten, die Geschichten aus dem Weltraumzeitalter, das Ideaset für 49,99. Das geht vom Markt und das wollte ich mir eigentlich immer mal holen und habe ich mir noch nicht geholt. Ey, was sind die? Triggert. Das ist tatsächlich cool. Das sind vier Karten. Ah, das ist ja schon Stein, Alter. Leck mich umsorgen. Ja? Ich wusste bloß nicht mehr, wie das heißt, da, ja, da, wo es den auf einmal gefühlt 100 Mox gab, um eine ewig lange Wand zu machen, ja mit diesen Karten. Ja, ist cool, ja. Das habe ich tatsächlich noch ein zweites Mal bei mir liegen, weil es wirklich ein tolles Set ist. Okay. Und dann habe ich hier gerade beim, das Crawl ja nebenbei durch die Gegend, welche es jetzt denn es gibt. Ich habe festgestellt, ich kann mich nicht erinnern, ob ich die Almhütte, also das Weihnachtsset, glaube ich, von letztem Jahr, habe ich das gekauft habe und nicht aufgebaut habe oder ob ich es gar nicht gekauft habe. Und das war die Lodge, oder? Diese Alpin Lodge, genau. Ja, genau. Ja, ich glaube, die habe ich, ich glaube, ich müsste bei mir im Inventar gucken, weil ich habe... Ich muss tatsächlich nachgucken, weil das ist mir, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das triggert mich. Das, glaube ich, wird dieses Jahr noch kommen. Dann gibt es so ein paar Star Wars Sets, wo noch so Collectors Figuren drin sind, wo ich noch gucken muss. Ach so, weil du diese 25 Jahre Figuren sammest. Ja, da musste ja auch dieses... Da bin ich noch am... Ja, am Hardern. Irgendwie finde ich es witzig. Irgendwie ist es mir zu teuer und ich habe aber auch noch nicht aktiv nach einem guten Angebot geguckt, ist diese Druiden. Dieses Druiden-Package. Ja, es sieht ganz schlimm aus. Willst du es Set haben und ich nehme die Figur? Müssen wir mal reden. Wenn du es in Normalbaust, ohne diesen Kitsch, finde ich die Druiden irgendwie ganz lustig. Das ist... Ja, ich finde das... Ich weiß gar nicht, ich finde das irgendwie mit das überflüssigste Set, was ich seit langem gesehen habe. Aber... Es sind halt bei mir Druiden, das ist meine Schwachstelle, weil sonst bin ich ja kein Star Wars Mensch. Ich mag die Filme zwar, aber nicht alle, aber bin halt auch kein so ein richtiger Fan, dass ich sage, boah, ich hole mir da die Sets. Aber irgendwie... Deswegen war ich ja C3-PO und R2-D2 und auch den Druidika. Was mir da noch fehlt, wenn wir bei Star Wars sind, tatsächlich, wo ich eigentlich noch gerne hätte, aber dann wird es vielleicht auch noch eine Weile geben, ist der kleine Millennium Falcon, weißt du, dieses Display-Modell da, dieses kleine. Es ist noch ein Jahr im Markt, glaube ich, bis wir beide da sind. Das ist ganz cool. Also wenn mir das mal noch irgendwann mal zufällig, günstig zwischen die Finger gerät. Ein teures Set habe ich noch, aber das ist eigentlich erst meine Frau, ihr Wunsch, kann ich offen ehrlich sagen. Ich finde es auch nicht schlecht. Das wäre Kevin. Oh, stimmt. Der steht wieder nicht auf der EOL-Liste. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht. Vielleicht holen wir uns das Ende des Jahres mal noch. Weil eigentlich hätten wir es schon gern, auch wenn wir die Sachen vom letzten Jahr noch nicht immer gebaut haben. Weil wir letztes Jahr zu Weihnachten auch noch mal so eine Shopping-Tour gemacht und kräftig eingekauft. Und ich glaube, das Einzige, was meine Frau geboren hat, war das Hogwarts und ich habe keins von denen gebaut, die ich gekannt habe. Pile of Shame. Ja, für den Helm muss ich auch noch gucken, ob ich da, da habe ich nämlich auch noch Star-Lord habe ich, glaube ich, aber mir fehlt doch irgendeiner. Also von den Marvel-Helmen. Ja, da gehen einige auch vom Markt. Ja, da fehlt, da fehlt mir, glaube ich, noch auch einer. Das sind so halt... Sind wir dir auch kritisch, Mark? Oder? Die ganzen Star-Wars-Helme. Star-Wars-Helme. Mei, ich habe halt ein paar und ein paar nicht. Und die zwei Klone würden mich jucken. Da geht einer vom Markt und der andere bisher nicht anscheinend. Aber die gehen normalerweise, wenn sie jetzt auf EOL stehen, stehen die normalerweise noch bis Februar normal ganz gut beim Smith. Also der Orange geht wohl vom Markt, das ist schon sicher. Wie heißt der? Nee. Cody? Cody, Cody, Cody. Cody geht vom Markt. Und der andere, der vom Markt geht, den habe ich, Leia Bush. Ja, das Problem ist halt immer, ich möchte eigentlich gar nicht so lange warten bis EOL, weil du kannst Glück haben und wenn es Sets, ich sage mal so, wenn es Sets sind, die eh nicht gut gelaufen sind, dann wirst du sie auch, sobald sie als End-of-Life angekündigt sind, weiterhin zu guten Konditionen finden. Bei den Sets, die aber eigentlich relativ gut laufen, wird es, finde ich, immer recht dünne, wenn dann bekannt ist, dass die End-of-Life gehen, da noch vernünftige Angebote zu kriegen. Also zumindest mal auf einen Bestpreis Richtung zu kommen. Wobei, bist du ja nie sicher, klar, das ist jetzt, wie gesagt, die 3PO mit 90 Euro, kann auch sein, dass der nochmal irgendwo mal vielleicht mal 84 gibt. Aber für mich ist dann immer, wenn ich mal da bei Brick Merch oder so gucke, nicht der niedrigste Preis wichtig, sondern ich gucke immer in das Diagramm rein, was ist so der durchschnittlich günstigste Preis, also nicht so Tagesangebote, sondern wenn es mal länger wie ein Tagwoge gegeben hat, dann weißt du, die Chance ist realistisch, vielleicht für das Geld, das Sets nochmal zu bekommen. Ja, aber du kannst doch die End-of-Life-Panik nicht schon ein Jahr früher anfangen. Das macht dir dann richtig in Stress aus. Ja, das nicht, aber ich sag mal so, wenn du halt rechtzeitig dann noch deine Wunschliste so ein bisschen abarbeitest, wurde es am Ende von dem Jahr dann erstens nicht so teuer, auf einmal. Weil da keine neuen Sets kamen. Und zweitens, ich merke es jetzt bei den Brickheads, ich habe das ganze Jahr, was habe ich mir geholt? Ich habe Anfang des Jahres diese Mickey Mouse geholt, shiny Mickey Mouse, Iron Man, Spider-Man, den kleinen Crew, aber den habe ich auch erst einmal, da brauche ich noch ein paar. Und den tanzenen Crew habe ich auch noch nicht, das ist kein Brickhead, aber das Set fehlt mir tatsächlich auch noch. Und da würde ich mir richtig in den Arsch beißen, wenn ich den verpann. Weil ich habe alle anderen, wo es bis jetzt gab. Aber dann war es das. Und die ganzen anderen Brickheads, die rausgekommen sind, hast du auch den Animized-Crewed? Den Animized-Crewed habe ich, ich habe den normalen Crewed, den Animized-Crewed, und jetzt fehlt halt noch der tanzende Crewed. Review gibt es auf meinem Kanal. Vom Tanzen? Ich habe es gesehen, ja. Ich wollte es aber, also ich habe gesehen, dass das Video rausgekommen ist, aber ich habe gedacht so, guckst du es an, weil nicht, dass er dann schlecht redet und du kaufst, also ich kaufe ihn sowieso, egal ob er scheiße ist oder nicht, aber nein, Spaß, ich muss mir mal reinschauen. Musst du nicht? Ja, doch, interessieren würde es mich schon. Weil ich weiß eh, dass wir nicht einen Kauf, den ich nicht so schnell baue. Und das ist halt, ja, also so ist zumindest meine Taktik, dass ich dann schon immer ein bisschen frühzeitiger gucke, um nicht dann am Ende vom Jahr oder wenn es dann wirklich EOL ist, in Panik zu verfallen und zu sagen, oh, scheiße. Ja, ein so ein Set, was vom Markt geht, was mich auch eigentlich aufgrund der Figuren triggert, ist Star Wars JaWin4, weil das so viele Figuren mit drin hat, aber absurder Preis für 170 Euro. Das gab es mir schon mal für einen Hunni, da war es schon mal fast bei mir. Und dann habe ich es doch nicht genommen. JaWin4, was ist das für die Leute, die nicht so drin sind? Und auch für mich. Dieses Potemkinsche Dorf, wo du einfach die Attrappe von einem, von dem Tempel hast, aus, was ist? Ja, weißt du, wo die, weißt du, wo die, die Zerrim, äh, im dritten Teil, wo sie ihre, ne, im ersten Teil ist es, wo sie diese Auszeichnung am Schluss bekommen, also im vierten Teil. Ich wollte gerade sagen, welcher erste? New Hope, New Hope, New Hope, New Hope. Star Wars eben, verdammt. Ne, habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, ah, okay, aber, dann ist es so, so ein Dorf, sehen, dann. Guckst du hier? Kurz gezeigt. Ach, der Tempel, ja, okay, aber das ist doch so ein 4 Plus Set, oder? Ne, ist es nicht, auch wenn es so aussieht. Ah, okay. Aber das ist ja, ach, das ist dieses Jahr, aber glaube ich, erst rausgekommen, das war doch auch so ein Gelächter, wo, 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 so, so, Junge, die haben doch Lack gesoffen. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist von letztem noch andere. Oder, aber das wurde nicht, das ist nicht gut, also ich weiß es noch, dass bei Stone Wars oder irgendwo, wo es war, das nicht so gut weggekommen ist. Also vom Preis leistet, klar, viele Figuren, aber du, du kaufst das Set, wie es, ähm, Donner Gökler schon gesagt hat, einfach nur wegen den Figuren, glaube ich. Ja. Weil sonst ist der Preis einfach abstrus. Ja, da ist ein Wild Wing Fighter dabei. Die Idee von einem Wild Wing Fighter? Ja, genau, die Skizze eines Wild Wing Fighter, das möchte man fast sagen. Aber die, ja okay, die Preisthematik habe ich auch. Ich habe mir vor ein paar Monaten von Kobi einen Tiger gekauft. Der heißt 131, das ist der Bovington Tiger, der steht in dem Panzermuseum Bovington in England. Einer der wenigen fahrbereiten Tiger 1. Und, oder ich glaube, ist das der einzige, weiß ich gerade gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, Privatbesitz vielleicht gibt es noch was, aber museumstechnisch ist es, ich glaube, der einzige, der fahrbereit ist. Und der kam jetzt halt endlich in der Lackierung, wie er auch sein soll, in 1 zu 28. Mein beliebter Maßstab ist aber eigentlich mittlerweile 1 zu 35. Und ich habe da gesagt, boah, jetzt brauche ich ihn. Das ist die gleiche Farbe, wie diese riesen Tiger, der von Kobi rauskam. Das war auch, ähm, Kooperation mit Bovington. Da habe ich gedacht, so cool, holst du dir. Komm, habe ich das Set. War nicht billig. Und zwar mit ein bisschen Rabatt bekommen, aber trotzdem teuer. Sehe ich auf einmal auf Instagram, dass da genau das gleiche Modell in 1 zu 35 rauskommt. Da habe ich gedacht, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Jetzt habe ich geguckt, was der 1 zu 35er kostet, weil den will ich jetzt halt leider auch noch. Ja, also muss man nicht verstehen, ist einfach nur dumm. Aber das ist wie, wenn Star Wars Fans daheim fünf oder sechs, sieben verschiedene 80-80s haben. Muss man nicht verstehen, ist aber gut so. und der kostet geringfügig weniger, obwohl er wesentlich klar, also 1 zu 35, 1 zu 28 ist schon ein Größenunterschied, ist teile technisch auch ein Unterschied und er ist, glaube ich, fünf Euro Liste billiger, keine Ahnung. Das ist einfach nicht mehr normal. Also ich glaube, Kobi hat da mit Lego so eine Abmachung im Sinne von, ja, ihr könnt jetzt wieder, wenn sie jetzt mit dem Römerzeug anfangen, wieder anderes Zeug machen, aber wenigstens müsste so teuer sein wie wir, wenn nicht teurer. Irgendwie so eine Absprache muss da geben. Timo, was stand bei dir noch auf der Liste? Ich glaube, Timo hat uns verlassen. Oh, Timo hat uns verlassen, der Vodafone-Störproblem. Ja. Na, dann gucken wir mal, ob der wieder kommt. Bei mir ist es so ein Einsatz, was dieses Jahr rauskommt, triggert mich sehr. Ich habe das Segelbarke, aber es ist einfach 500 Euro, ist überhaupt nicht meine Budgetgröße. Aber das würde mich sehr, sehr triggern. Ja, das ist so. Mhm. Aber das ist halt echt so preislich. Ich habe echt, bin nicht, ich habe keinen Bock die ganze Zeit immer nur über den Preis das festzumachen, ob ich das haben will oder nicht. Aber bei denen die Schmerzgrenze. Ja, aber muss man schon ehrlich sagen, das ist jetzt, wie gesagt, kein Bashing gegen Lego. Ich habe das Thema ja bei Kobi auch. Es ist halt schon schade, dass das mittlerweile auch bei Leuten, die sagen wir mal, gut verdienen muss ich es einfach auch schon, also jeder muss sich es überlegen, egal ob du ein bisschen, ob du gut verdienst oder nicht gut verdienst, aber du hast halt so ein Budget, wo du sagst, das gebe ich für mein Hobby aus und das ist halt bei Lego mittlerweile klar, das ist ein UCS-Set, ist ja okay, aber da kommt ja heutzutage nicht nur eins von diesen, in dieser Preisklasse im Jahr raus, wo du dann wirklich, ich das vollkommen verstehe, dass jemand sagt, nee, das muss ich preisabhängig leider auch ein bisschen entscheiden, auch wenn es richtig geil ist. Ja, von allem, wenn ich es teile technisch und grösentechnisch mit Mos Eisley vergleiche, verstehe ich nicht, wie dieser Preis einfach zustande kommt. Okay, die Segel, bei Technik-Sets gibt es Segel mit 100 Euro oder so, also, was ist der Grund, außer zu sagen, wir können es halt verlangen. so. Ja, ja, genau. Es sind viele Figuren dabei, aber Mos Eisley auch. Es ist teile technisch, wie du sagst, und Mos Eisley, was hat es, das kostet 3,50? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube nach der Preiserhöhung. Ja, aber im Vergleich total, so traurig, das klingt aber harmlos und wenn du das jetzt vergleichst mit den anderen Sets in der Preisklasse, keine Ahnung, was gibt es, Bruchteil, mehr Figuren, mehr Teile, selbst der, ist nicht sogar der Marvel Tower mit mehr Teilen und mehr Figuren am Start? Der Marvel Tower hat 14 oder 17 Figuren, weiß ich gar nicht, und das ist Big Fix, glaube ich, auch mit dabei und der war bei 400, 400 noch was. Aber es ist schon mit dem Tower. Mit Jabba, der hat es natürlich auch da, mit Jabba, der hat es bei dem Star Wars Set natürlich auch eine Big Fig dabei. Ja, okay, aber trotzdem, es ist einfach allein die Preismarke, ne, jetzt sag mal mal, ich muss, ich lasse teilweise bei manchen Sachen, vielleicht ein guter, ganz kurz ein. Entschuldigung. Weil manchmal gucke ich erstmal nicht so auf, wie viele Figuren, wie viele Teile, sondern bei mir ist es persönlich so, wenn ein Set einen gewissen Preis hat, ist es bei mir schon eigentlich aus dem Beuteschema raus, weil ich das einfach nicht bezahlen kann und deswegen macht es sich dann auch für mich da kein Sinn, sich drüber zu überlegen. Aber objektiv betrachtet bin ich da voll ganz bei euch, wenn ihr da sagt, ja, das hat so und so viele Figuren, so und so viele Teile, aber der eine würde mir das sagen, ja, Moos Eisley ist jetzt halt, was weiß ich, vor wie vielen Jahren rausgekommen und so, aber das kannst du doch mit der ganzen Thematik Preissteigerung auch nicht mehr, also wie oft, wie viele Sets gab es noch vor ein paar Jahren mit über 500 Euro und wie viel gibt es mittlerweile? Ja, Standard, ne, also. Ja, 500 Euro, ne, da musst du schon ein bisschen sparen. Das Herr der Ringe-Set Baradour hat 800 Teile mehr und kostet 40 Euro weniger. Ja, und hat ähnlich viele Figuren, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Baradour hat 10 und wie viel hat das da aus? Moment. Was war es? 12 oder so? Ich weiß es nicht. 11. Gut. Aber da ist auch eine Ertragung dabei, die man zum Saufördern hat mittlerweile, aber mit diesem Ding zum Abstellen, mit dem Tablett. Achso, ein goldener 2x4. Ja. Bleibt. Gut. Ja, ja, okay, aber wie gesagt, ich bin ja froh, dass die neueren Sachen, die jetzt rauskommen, da gibt es auch schon ein, zwei Dinge, wo ich sage, finde ich ganz cool, preislich, eben noch, also für den Listenpreis noch im Rahmen, wenn es die im Angebot gibt, ja, okay, aber dann bin mir auch noch nicht so sicher, ob ich es mir hole, tatsächlich die Fortnite-Sets, das finde ich irgendwie ganz witzig. Das Lama werde ich mir auf jeden Fall holen, ich finde auch diese Banane, diesen Bananenfuzzi, halb Skelett, halb Banane, ziemlich geil und der Bus ist auch cool und in der Serie sind wir jetzt ganz kurz, Entschuldigung, Fortnite, Fortnite, Fortnite ist noch, okay, das sind auch coole Sets, oder die Figur, was mir eigentlich am meisten gefällt, ist tatsächlich diese Bananenfigur, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die wird halt auch mit 140 Euro aufgerufen, Banane, Uff, ja, weil von den, und du hast halt noch so viel, was, was ich mir noch gucken muss, das ist für mich auf jeden Fall noch Pflicht, aber das wird, ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, hoffentlich wird es nächstes Jahr noch geben, aber wir hatten den Fall schon mal, dass es recht schnell EOL war und das ist die Milano, das ist von Guardians of the Galaxy, aus dem ersten Teil, das Schiff, was ja jetzt rausgekommen ist und wenn man überlegt, wie schnell das letzte Schiff abgekündigt war, nach einem halben Jahr hat man das schon EOL gesetzt, okay, es sieht doch scheiße aus, muss man dazu sagen, aber da wurde ja die ganze, also alles, was zu diesem Zeitpunkt released wurde, ist nach einem halben Jahr schon auf EOL gesetzt worden. Ja, wobei das ein paar davon tatsächlich jetzt schon wieder auf der EOL-Liste stehen, die eigentlich schon letztes Jahr weg sein sollten, von daher. Ja, ja, aber da möchte ich mich dann halt nicht so drauf verlassen, weil ehrlich gesagt, das andere Schiff hat mich jetzt nicht so getriggert, ich hab's mir zwar trotzdem geholt, weil ich den Orangenen ja auch hab, das Schiff der Wächter und so, der Vollständigkeitshalber, aber die Milano ist die Traum. Achso, du meinst ja und was, der Twinjet oder was? Nee, Milano. Achso, der Milano. Ach, der Alte, der Alte war diese türkisfarbene. Nicht der Quinjet, den Quinjet hab ich auch, aber der türkisfarbene. Ja, mit so, wo er so Ringe hat, wie so zwei so Ringe hintern. Ja. Der ist ziemlich wild. Hab ich gebaut, ist ganz schnell. EOL gegangen. Aber die Milano sieht halt richtig gut aus, liegt auch, boah, weiß nicht, 140 oder 170, ich müsste mal gucken, bei was der liegt, also Liste. 180 für 2.090 Teile. Ist halt auch, mal gucken. ich weiß halt auch nicht, was für ein Modular-Building rauskommt. Ja, okay, aber das ist ja noch far, far away. Okay, ja, stimmt nicht. Ja, wenn sie es wieder machen, wie letztes Jahr. Denk schon. Dass sie es 1. Dezember wieder machen, das ist dann natürlich schon eine andere Nummer. Ja, aber es wäre ja eigentlich bescheuert, das nicht zu machen, das Weihnachtsgeschäft nicht mitzunehmen. Also, eigentlich verwunderlich, dass es nicht schon vorher so war. Marco hat sich letztes Jahr bloß geärgert, weil es ja einfach eher so die Tradition halt war, dass es typisch im Januar rauskam und dann bricht man die nur. Es war so der Start ins Lego-Jahr. Klar. Deswegen Weihnachtsgeld auf den Kopf hauen, aber glaube ich, funktioniert das Weihnachtsgeschäft doch besser. Weiß ich gar nicht. Hier ist der 27. und 28. der 12. sind jetzt normal schon auch sehr umsatzstarke Tage die im Einzelhandel. Frustkauf. Nee, das ganze Gutscheingeld wieder raushauen. Ja. Ich finde aber tatsächlich, wenn du gerade schon Richtung Weihnachten bist und so, den Weihnachtsstern fällt meiner Frau ziemlich und der sieht auch echt cool aus. Aber der Weihnachtskranz, muss ich sagen, da habe ich mir auch gedacht, was haben sie denn da gefressen? 100 Euro. Ja, es sind über 1000 Teile, aber trotzdem 100 Euro. Sprechen wir über neue Sets oder was? Ja, das kommt jetzt, nee, die kannst du jetzt vorbestellen, Weihnachtssets. Ja, wohl, du es gerade von Weihnachten hattest, das ist mir eingefallen. Ein Set, wo ich dieses Jahr bei Black Friday unbedingt gucken werde oder Black Week ist von Mega der Snake Mountain. Hoffentlich das. Wir sind jetzt bei minus 69 Prozent, das sind 129 Euro von Malcomend von, ich glaube, 280 oder so und das gibt, nee, 419 Euro UVP. Völlig gestillt. Und ich gehe davon aus, dass man noch nahe an die 100 Euro kommen wird und dann werde ich zuschlagen. Damit Carstic Rayskarl nicht alleine rumsteht. Und der Atari würde mich auch noch interessieren. Ich habe gerade gesehen, die Brickheads, die dunkle Bedrohung stehen schon auf Einstellungen in Kürze. Ja, zu nett kann ich sagen, ich habe sie gebaut, das Review kommt. Ich glaube, die Figuren aus Harry Potter, die habe ich so schon. Deswegen, also das ist, wenn der da mal, dieses Jahr war ich sehr zurückhaltend, Gott sei Dank. Ja, wenn es da einmal nachlässt, gell? Ja, aber man hat es im Geldbeutel positiverweise ein bisschen gemerkt, dass man da wieder ein bisschen mehr Freiheit hat, aber das ist schon lustig, muss ich sagen. Aber zum Thema Filmsets, die Indiana Jones-Sets, das natürlich auch noch. Habe ich Gott sei Dank. Ich habe alle nicht, aber das Wichtigste war für mich das große, das Display da. Das triggert mich halt noch, das fehlt bei mir. Und das muss irgendwie wahrscheinlich noch sein. Habe ich letztes Jahr bei Alternate Shopping gekauft, war es da echt günstig. Ja, ich weiß gar nicht, was hat man da bezahlt? Ich glaube, 80 Euro oder so habe ich bezahlt. Kann das sein? Ja, 80, 90 Euro oder so. 90 glaube ich eher oder so. Ich glaube 90, ich weiß nicht, eins hat 100 und eins hat 90 kostet. Ich habe mir bei dem Shopping Day ein Ding gekauft für meine Frau des Hogwarts, dieses Mini-Build Hogwarts, was echt schön ist. für mich dann das und eins von beiden hat ein Hunni gekostet und das andere ich glaube 90 gekostet. Also zwei Sets gleichzeitig zu kaufen an so einem Shopping Day da, wenn die das Live-Shopping da machen, das ist schon sehr anstrengend. Ja, ich muss mir noch überlegen, was ich an Weihnachten baue oder zwischen den Jahren. Was da auch noch so ein bisschen mitspielt, ist tatsächlich das Meister-Eder-Haus bei Blue Bricks wird mich auch immer noch triggern, aber das läuft jetzt nicht weg. von daher. Aber, ja. Ja, das ist halt immer so ein bisschen der Vorteil bei den Alternativen, bei man nicht allen Herstellern, aber manche Sets gibt es dann halt doch recht, recht lang. Da kann man sich dann immer wieder ein bisschen Zeit lassen. aber, ja, okay, hast du bei Lego auch Sets, die wirklich ewig da sind, gefühlt. Der Ecktot, der ist jetzt wieder auf letzte Chance gesetzt. Der war ja jetzt doch auch Jahre auf dem Markt, oder? Ja, war aber noch nie auf letzte Chance. Ja, aber er war trotzdem schon sehr lang, oder was auch sehr lange auf dem Markt war, ist das Ideas-Baumhaus. Ja, das geht jetzt tatsächlich vom Markt. Das hat es letztes Jahr schon geheißen, das ist vom Markt. Aber da stand es, bei Lego steht es tatsächlich als letzte Chance jetzt. Ja, ja, klar. Das stand es letztes Jahr noch nicht. Aber das habe ich noch ein zweites Mal dastehen und so ist es nicht. Dumme Frage, kommunizieren die anderen Hersteller eigentlich auch? Welche Sets vom Markt haben? Funhall und Fantasy machen das mittlerweile. Also Funhall hat jetzt dieses Jahr das erste Mal Sets vom Markt genommen und hat es auch kommuniziert und Fantasy auch. Also bei Fantasy geht zum Beispiel auch diese A-Frame-Kabine, diese A-Frame-Wood-Kabine oder was weiß ich was vom Markt, was ein sehr schönes Set ist und noch zwei andere. Also die fangen auch an, das zu kommunizieren und nehmen auch Sets vom Markt. Kobi kommuniziert es nicht so direkt, also man vermutet dann schon immer und wenn man ein bisschen tiefer in der Materie drin ist, also in der Kobi-Community kriegt man es dann schon mit, aber da ist es dann eher, wie jetzt bei Lego ja auch, also Business Office, es gibt ja schon lange, bis vor es offiziell bei Lego auf der Seite dann als letzte Chance oder Einstellung in Kürze gelistet wird, Spekulationen und so ist es bei Kobi auch. Okay. Naja, meistens sind es ja jetzt keine reinen Spekulationen, sondern die Portale arbeiten, haben meistens ein paar Händler, die ihnen sagen, so, das können sie jetzt nicht mehr bestellen. Also weil die Händler sehen das ja früh, wenn sie Sachen dann nicht mehr neu nachbestellen können und so wird dann meistens klar, was EOL gibt. Ja, ja, aber klar ist es halt nicht, weil es doch immer mal wieder Sachen dabei sind, die dann doch nicht so sind. Das meinte ich. Für mich ist alles eine Spekulation, was nicht zu 100% fix ist. Darum das meine ich. Sicher kann man es erst sein, wenn es dann auch wirklich nicht mehr gibt. Ja. Aber eigentlich clever, über das so anzukündigen, diese Fear of Missing Out zu kreieren und so ein paar Idioten wie uns einfach jedes Jahr aufs Neue zu triggern. Der Spinnenpanzer geht offline. Siehst du? Idioten wie uns zu triggern. Aber das ist halt auch nur was, was natürlich die Fans interessiert, weil jetzt ein normaler Käufer, der guckt nicht so drauf. Ach, ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, der guckt aber nicht so drauf, glaube ich. Also wenn ich das so bei mir im Freundeskreis gucke, die halt für die Kiddies oder dann doch auch mal für sich was sich holen, da ist das nicht so. Ziemlich egal, glaube ich, ja. Wenn es das im Laden nicht mehr gibt oder auf der Internetseite nicht mehr gibt, dann gibt es das halt nicht mehr, dann ist das halt so. Das ist da... Gibt es was noch anders? Tiefenentspannt, genau. Das ist dann wirklich eher so bei den Nerdies wie wir, wo dann sagen, oh nein, ich will das aber noch unbedingt. Das Problem ist ja tatsächlich auch und deswegen baut sich dann halt auch so ein Pile of Shame auf, dass dieses, oh ich kriege es dann nicht mehr oder beziehungsweise nur noch zu überzogenen Preisen, ja bei mir tatsächlich oft der Grund war, Sachen einfach zu kaufen. Das meine ich ja. Ja. Und die müssen wir uns zu triggern. Ja, ich habe aber auch dieses Jahr tatsächlich massiv reduziert, dass ich wirklich nur die Sets, wo ich sage, die will ich unbedingt mir holen und nicht so, oh das ist schön, das ist schön. Und wie bei den Fortnite Sachen, der Bus ist schon ganz cool, das Lama, das geht einigermaßen, das musst du zu einem guten Preis kriegen, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich auf jeden Fall holen. Bei den teureren Sachen, sage ich mir, ist schon ganz cool, aber wenn du es nicht hast, ist es nicht schlimm. Das ist wie bei den Dreams, ich habe von Dreams auch dieses komische Space Shuttle mir gekauft, das ist noch original verpackt. Ja, die Figuren sind ganz geil, aber nur wegen dem, ich kann halt sonst mit dem Set nichts anfangen und darum sage ich mir, nee, also das sind, Was ist das Space Shuttle? Sie nennen das Space Shuttle Figuren? Nein, von Dreams. Dreams, von Dreams. Da gab es diesen Space Bus oder so und das habe ich mir auch geholt und solche Sets möchte ich halt mittlerweile mir einfach vermeiden, dass ich mir so Zeug kaufe, wo ich sage, sieht geil aus, aber eigentlich braucht es das nicht. Was braucht man? Ja, ich weiß, aber die Sachen dann lieber das Geld verwenden für die Sachen, wo du sagst, ja, nee, die will ich auf jeden Fall und wenn ich es heute nicht baue, brauche ich es morgen oder, wie gesagt, das ist wie mit meinen Star Wars Druiden oder auch mit den Brickheads. Die Brickheads möchte ich halt, weil ich sie sammle, weil ich sie cool finde. Ja, die Star Wars Druiden ist es auch. Ich habe mittlerweile jetzt endlich alle, die es bis jetzt gab und die es auch gibt, bis auf das ganz Kleine, diese drei Kleinen, die habe ich jetzt noch nicht, aber ich habe BB-8, ich habe BD-1, DO und alle BB-8 habe ich ja jetzt auch in den letzten oder Anfang dieses Jahr endlich gekriegt, in den Nagel neu original verpackt. Cool. Den R2-D2-UCS, den habe ich mir gebraucht, aber mal geholt, muss ich offen ehrlich sagen, weil der war mir neu zu teuer und für 80 Euro gebraucht, musste ich da einfach, oder 85 Euro, musste ich einfach ja sagen. und das ist dann lieber so, dann für die Sachen, wo du wirklich Opfer bist, dann das Geld parat halten, weil es kommt halt so viel witziges Zeug immer raus, wo dann ist das, oh, sieht schon wie es an. Ja, wir wollten noch drüber reden, was man unbedingt haben will, nicht die prinzipielle Diskussion, was, was, Ja, aber das ist ja das Problem mit dem haben wollen. Nee, das ist nicht, teuer, teuer ist jedes Hobby. Ja, das ist es nicht. Aber ich glaube, bin ich eigentlich echt verschont geblieben, dass ich, dass mich bis jetzt kein Set, was draußen ist, da habe ich gesehen, der Hulkbuster geht raus, da habe ich Gott sei Dank den Kleinen gekauft, weil ich den Großen nicht schön finde. Ja, der Kleine, der geht auch beim Markt, der triggert mich auch tatsächlich. Ja, der ist cool. Hast du den gebaut? Nee, doch nicht. Woher weißt du dann, dass er cool ist? Weil er schön aussieht, ich finde ihn schöner von den Proportionen her wie den Großen. Ja, meine Freundin hat den Großen geschenkt bekommen, aber hat ihn seit einem Jahr noch nicht gebaut. Mal schauen. Ich habe von einem Zuschauer dann, den habe ich verpasst, der ist EOL gegangen, das ist mir total raus, da gab es ja bis vor der Hulkbuster, der Kleine rauskam, noch diesen, den Iron Monger aus dem ersten Teil. Und den hatte ich verpasst und ein Zuschauer hat den noch gehabt und hat mir dann zugeschickt, da habe ich mich so mega, mäßig gefreut. Und das ist halt immer das, wo du dann echt sagst, du musst dann schon mal wieder gucken, okay, welche Sets waren es wohl jetzt vorhin Timo gesagt hat, hier mit diesen Viechern. Das ist aber auch für mich ein Set, das hole ich mir wahrscheinlich auch noch, wenn das fünf Jahre im Regal liegt, das ist so zeitlos, das ist einfach cool. Da sehe ich es, da bin ich auch schmerzfrei. Ja, und die Ideas sind schon coole Dinger dabei. weil es mich total wunderschön ist. Eldorado Fortress. Oh ja, Eldorado. Ja, genau. Und ich finde das Set an sich eigentlich gar nicht mal so gut. Aber es wäre trotzdem eine Schande, das nicht zu haben. Einfach, weil ich auch das Original habe und alles, was dazugehört. Aber reicht das Originale nicht? Das ist ja viel zu vernünftig. Ja, aber nee, das verstehe ich schon. So ein Remake, also ich habe ja auch den Galaxy Explorer mir geholt, ein zweites Mal dann, weil ich habe einmal mit dem Timo so einen Mod gebaut und mit dem Keksi, so ein Mächt, sieht übelst cool aus, das Teil in dem Stream und dann habe ich gesagt, boah, ich brauche den nochmal, ich bin nochmal günstig rangekommen, weil ich hatte als Kind zwar Ice Planet, andere Themenwelt, aber war halt auch Space und wenn dann nochmal so sozusagen so ein Retro-Set rauskam, ich sage, das brauche ich auch unbedingt. Für meinen Kumpel hat es auch getriggert, der hat auch Eldorado, das Original und den hat es auch getriggert. Ich weiß gar nicht, ob er es sich gekauft hat, aber der hat auch gedacht, ah, wäre schon geil, so ein Remake. Dann hast du einfach das Alte und das Neue. Das ist einfach irgendwie cool. Und wenn man einen Barracuda Bay noch daneben hat, dann... Ja. Das Idea-Set hast du ja auch, ne? Genau, deswegen. Achso, Barracuda Bay, ich meine jetzt das Alte, die Barracuda, die Alte, die du ja auch hast. Achso, die, genau. Aber dann ist es ja eigentlich, dann ist es ja dann für dich noch ein Must-Have, ne? Eigentlich schon, eigentlich schon. Der AT-AT, den Tausender, der muss drin sein. Ja, genau. Ja, aber dann wird es halt dann doch nur die Fortress und die Burg noch, weil das ist eigentlich auch eine Schande, dass die Firma... Ja komm, dann müssen wir uns halt jetzt doch nochmal verabreden und wir gehen einfach mal alle zusammen so ins Legoland. Ja. Die Burg ist bisher noch nicht auf der List. Aber sonst gehen wir einfach zusammen mal ins Legoland und sagst zu deiner Frau, du hast einen geschäftlichen Termin, musst es fürs Geschäftsessen vorstrecken, also deswegen hast du gerade jetzt kein Geld mehr auf dem Konto und deine Firma ist so arm dran, die kann dir das nur noch monatlich so zurückstottern. Abstottern. Deswegen hat dich der Manager heute Morgen aus dem Bett gehauen. Ja, genau. Ja, genau. Was mich zum Beispiel wundert, dass es schon vom Markt geht, ist die Betthülle. Dieses 400 Euro fette Teil, was ich, ich bin jetzt kein Batman-Fan, aber ich habe das bei Lego Stehensinn im Store und ich fand das richtig schön tatsächlich, wundert mich voll. Das ist ja auch erst dieses Jahr oder? Ist ein Jahr oder? Maximal. Ja, aber das, wie gesagt, dass du das, wo ich immer sage, kannst du ja bei vielen Sachen das gar nicht mehr so einschätzen. Ich habe vorhin das Beispiel mit Marvel gehabt, mit The Galaxy Sets nach einem halben Jahr. Viele Lego City Sets waren nach einem halben Jahr. Weil von Lego City gibt es auch noch zwei Sets, die eigentlich, wo ich sage, hm, brauche ich das nicht unbedingt, aber irgendwie willst du doch und du wirst dich ärgern, wenn du sie nicht holst, sonst ist es der Bagger und der Kran. Weil ich als Kind immer Baumaschinen wollte, aber halt das Geld nicht da war und darum habe ich mir auch den Seilbagger, den es mal von Lego City gab, diesen Raupenseilbagger, da habe ich mir gebraucht, geholt. Du weißt, das ist bis jetzt nur der Bagger bei mir und ich muss sagen, der ist tatsächlich richtig gut. Ja. Macht Spaß zu bauen und sieht richtig gut aus. Um dich kurz einzubremsen, Soldier, die Milano steht bei Lego noch auf Neu. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ja, ich habe jetzt den Fehler gemacht, Marble aufzurufen und habe wieder vor Augen geführt bekommen, dass das Sanctum Sanctorum ja auch vom Markt geht. Ist ein Haus. Ja, das ist halt bei dir schon. Damit ist es Weihnachtsgeschäft. Klar. Oder? Kaufe dir einen Snickers. Ja. Sagt das Konto. Aber wie gesagt, das ist ja das Schwierige. Du hast noch Sachen, die jetzt vielleicht EOL gehen oder noch in deiner Pipeline sind, wo du sagst, ah, das wäre noch cool und das wäre noch cool. Bei mir sind es bei Kobi auch noch ein paar Sets, wo ich sage, okay, von denen, die es gibt, hält sich es aktuell noch auf absoluten Grenzen. Aber jetzt bringen sie wieder so eine Welle, wo halt mein Maßstab dabei ist. Die perfekte Welle. Das Problem bei Kobi ist, da kommt dann immer so eine Welle, nur 1 zu 8, jetzt mal überspitzt gesagt, nur 1 zu 28er. Wo ich sage, ja, sind schöne Modelle dabei, brauche ich aber nicht. Da habe ich mir jetzt dieses Jahr zwei in den Maßstab gekauft. Und dann schmeißen sie auf einmal drei, vier, fünf Stück in den Maßstab raus, die ich möchte. Dann wird es halt immer wieder auf einem Schlag teuer, weil die können schon mal ein, zwei Jahre auf dem Markt sein, kann aber halt auch nach einem Jahr weg sein. Und das ist ja auch, ich finde es auch bei Lego genauso, es ist so uneinschätzbar. Manche Sachen sind dann auf einmal zwei, drei Jahre, wo du sagst, boah, wieso habe ich mir so einen Stress gemacht, das so schnell zu bekommen. Weil es ist ja ganz selten, zumindest bei mir, dass ich so Day One Kauf mache. Aber manche Sachen sind dann halt echt schnell weg oder schwer zu kriegen. Das war ja, ich weiß noch, der kleine Tumbler. Wo der rausgekommen ist, der war irgendwie innerhalb kurzer Zeit überall vergriffen. Dann hast du zwei Monate oder so warten müssen, bis der endlich mal wieder in den Läden war. Ja, war bei mir ein Day One Kauf. Von daher hatte ich Glück. Oder was auch schnell wegging. Deswegen nur mal, um zu erklären, wieso es da schon so ein bisschen die Bammel gibt. Also nicht nur, weil sie EOL gesetzt werden war. Also so kam es mir vor, dieser Fighter-Helm von Star Wars. Weißt du, wirst du wirklich nicht meinen. Ja, T-Fighter, der Exklusive. Ja, der war am Anfang krass. Also ich weiß nicht, ob das als eigentlich als irgendein Exklusiv für die Comic-Con gedacht war oder so. Aber der war in der ersten Runde so krassend weg. Am Schluss gab es ihn dann das letzte Jahr eigentlich beständig. Ah, okay. Aber am Anfang war das ja auch so. Der war eigentlich dann fast nicht greifbar. Ja, der kratzt jetzt so langsam an den 200 Euro, glaube ich, oder 180 Euro, was er wert ist. Oh, Hupti hast du. Ja, nee, ich habe gerade hier im Share aufgemacht, weil das war ja so ein Set, wo sich ja mal also die Marble Hupti, vielleicht erinnert ihr euch noch, das war dieses 420 Teile, kleine silberne Ding für 95 Euro. Das geht Einstellung in Kürze und da frage ich jetzt mal, lasst doch einfach mal einen Kommentar unterm Podcast da, für wie viel Prozent es das beim Black Friday geben wird und im Zweifel sogar bei Lego. Was schätzen wir? Ich schätze, selbst bei Lego sind 40 Prozent drin. Na, 25. Ja, doch, also ich würde sagen, ja, zwischen 30 und 40 würde ich auch, also ich habe mir du hast den Opfer. Ich habe und du bist der der eine Käufer in Deutschland. Ich habe ihn für 50 Euro bei, ich habe ihn für 50 Euro bei Swift Toys gekauft und das ist eigentlich noch zu teuer, weißt, das musst du auch schon ehrlich sagen, 50 Euro für 420 Teile und es war ja dann schon fast 50 Prozent Rabatt, also 45 Prozent Rabatt, keine Ahnung. Also tatsächlich. Ich habe ihn mir gekauft, ja. Für einen Fuffi habe ich gedacht, shit, da musst du mitnehmen. Das Smith Toys wieder so eine Aktion gehabt hier, ab dem Warenwert gibt es 25 Euro Rabatt oder so und dann war der bei dem eh noch reduziert und dann bin ich auf die 50 Euro gekommen. Weil bei Brick Merch der bisherige Best Price für dieses Set ist tatsächlich 66,49 Euro. Ja, nee, nee. 30 Prozent. Das war wie bei Lego Mars. Bei Lego Mars hat uns das doch auch ab 75 Euro Einkaufswert gibt es 25 Euro Rabatt oder so oder 5 Euro oder 10. Auf jeden Fall ich habe so wie 50 bezahlt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich ihn kaufe, weil ich habe bei dem Set auch am Anfang geschumpfen wie ein Rohrspotzer. Das sind sie eigentlich noch. Das ist aber ja mit dem X-Man auch. Der X-Man ist ja auch so schweineteuer. Aber weil X-Man nicht mein Thema ist, juckt er mich auch nicht. Aber das ist schon aber der wird bestimmt gut rabattiert. Obwohl, ja, 40 können schwierig werden, weil wie viel hat der Kicker gehabt? Ich glaube, meiner Meinung nach war der Tischkicker einer der wenigen Sets, der wirklich so richtig krass rabattiert war bei Lego Direkt. Wir reden jetzt gerade kurz von Lego Direkt auf der Seite. Ja. Weil so viele Sets waren, da waren nur die Video-Sachen, wo so richtig krass reduziert waren. und der Tischkicker war richtig krass reduziert. Aber sonst sind so, die bisschen besser laufenden waren, ich glaube, bei 30, maximal mal 35. Könnte sein, dass die Avatars jetzt auch mal so reduziert waren, weil die sind auch nicht so interessant gewesen. Ja, an für sich schon, aber für welche Zielgruppe? Ja. Da spricht man sicher. Der Pixel-Mario, der ist auch noch oft, aber ich glaube, der kommt erst, weiß ich gar nicht. Das steht bei meiner Frau noch ganz weit oben. Und Mona Lisa, da wurde ich ja auch schon im Stream dafür geknechtet. Ja, da wurdest du zu, ja. Meine Frau möchte Mona Lisa. Ach genau, was ich vergessen habe, was noch auch richtig wichtig auf der Liste steht, und das kam ja schon im Laufe des Jahres raus, finde ich persönlich ein sehr schönes Set. Ich muss es Gott sei Dank nicht bauen, weil Madame die Milchstraße. Da warte ich noch auf richtig an und ich glaube, das wird so Black Friday, also Black Week, Black Month oder wie man das jetzt schon nennen will mittlerweile, Set, wo bei mir da auf der Liste steht zu gucken. 2000 Teile für 200 Euro, okay. Ja, aber das ist halt ja, schön ist, das habe ich auch schon im Schaufenster stehen, sehen sehr gut aus. Ja, aber es ist ja kleinfitzelig, aber es ist geiles Ding, also das wird noch, und mal gucken, Kevin vielleicht, also es sind doch noch ein paar teure Sachen dabei, aber weil wir vorher den Tumblr schon hatten, der große geht ja auch vom Markt. Genau, ja. Wenn du einen willst, ich habe einen. Ja, ich habe auch einen. Ich habe den aus Versehen mal ersteigert. Wie das halt so ist, bei einer Charity-Veranstaltung. Aus Versehen landet dann sowas. Ja. Meine Frau hat mich ja dann angekackt, weil die wollte den mir eigentlich zu Weihnachten kaufen, ich habe gesagt, ich will nicht den Großen, ich will den Kleinen und vier Wochen später habe ich bei einer Charity-Veranstaltung den Tumblr steigert. Ich habe gedacht, du wolltest den Großen nicht. Ja, wollte ich auch nicht, ich war bloß der Trottel, der zuletzt das Meiste geboten hat. Ja, auf jeden Fall wird es da noch ein kaufintensives Jahr. Ich wollte gerade sagen, der Jahresende wird teuer in das Kupi. Das Weihnachtsgeld ist sozusagen schon verplant und Leute, wie geht es euch? Schreibt uns gerne in die Kommentare rein. Habt ihr auch noch eine fette Wunschliste oder sagt ihr, nee, ich kaufe eh nur da, wo ich gerade Lust drauf habe, wenn ich dumm dran vorbeirenne? Wünschen kann man sich ja viel. Hat heute ein Kunde zu mir gesagt. Ja. Es gibt aber auch den Spruch Wunsch ist Wunsch, Fee. So ist es. So, jeder noch ein Set und dann war das der Klemmbausteine Untergrund. Irgendwann fangen wir jetzt auch wieder mit Livestream an. Noch ein Set, die Ninjago Gardens. Ninjago Gardens, ja, fühle ich. Bei mir, ich habe schon alle genannt, tatsächlich, bei mir ist das eigentlich recht überschaue. Ich möchte auch gar nicht gucken, bin ich offen und ehrlich. Ich glaube, mir fehlt noch ein Batmobil von diesem kleineren. Aber ich will eigentlich gar nicht so genau schauen, weil wenn du dann siehst, was da noch so ist, wo du denkst, oh, dann, ich habe auch dieses Jahr aktiv das Legoland gemieden. Hm. Ja. Ich glaube, ich werde mir noch, ich werde mir noch einen dieser weißen Countach, oh, den gibt es gerade für 16 Euro, diesen weißen Countach sealed wegstellen. von den Speed Champions. Ja. Der Speed Champions wollte ich eigentlich den Sonder noch. Aber da bin ich, jedes Mal, wenn ich mal zum Müller gekommen bin, war der nicht im Angebot. Jetzt habe ich den gerade offen und jetzt gibt es den hier mit minus 36 Prozent für 15,99. Was? Der Sonder? Nein. Nein, den Speed Champion. Alright. Das war der Klemmbausteine-Untergrund-Podcast. Der Timo hat leider Grüße gehen raus am Vodafone, Kabel Deutschland, Störung und ist mittendrin rausgeflogen. Wir sind, wir hoffen, dass die Aufzeichnungen danach noch hochgeladen werden. Aber ich habe letztens nachgelesen, bei Stream, ja kann man das auch im Nachhinein, wenn man sich wieder in dieses Ding einloggt, machen. Und Moritz, wie viele Sets sind realistisch bei dir, dass es noch kommen dieses Jahr? Also jetzt so von dem. Der 8080 wird nicht kommen. Mit dem habe ich einfach abgeschlossen. Aber die Eldorado Fortress und Indiana Jones, das ist tatsächlich das, was noch definitiv auf der Liste ist. Bei mir hängt es ein bisschen davon ab, ich will ein paar Sachen verkaufen. Wenn ich ein paar Sachen verkaufe, habe ich ein bisschen Budget und dann werde ich mir was kaufen. Ansonsten weiß ich noch nicht, wie viel da noch kommt. Beim Solcher? Die Brickheads sind Pflicht und beim Rest, glaube ich, werde ich noch Zeit haben. Spider-Man-Maske, die gibt es nächstes Jahr auch noch. Also Brickheads sind Pflicht, weil so Crude im Topf brauche ich nochmal. Da gibt es ein paar, die mehr wie einmal nach Hause kommen müssen. Ja, sonst wird es sich grenzenhalten. Für meine Frau noch das eine und ein oder zwei Sachen. Wird schon noch irgendwas gehen. Leute, wir freuen uns auf eure Kommentare, was bei euch noch auf der Liste steht. Nutzt gerne entweder bei Solch oder mir irgendeinen Affiliate-Link, wenn ihr was einkauft bei Amazon oder bei Alternate oder wo auch immer. Ich würde sagen, wir sind raus, oder? Jo. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Tschö. 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 Tschö.